Willkommen zurück. Ihr seht schon, Kamerakran ist aufgebaut. Sieht aus nach einem Studio. Wir drehen heute immer wieder ein Musikvideo, aber eines der besonderen Art und da nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mit. Wir haben auch schon gesehen, da ist der Max, bekannt aus dem letzten YouTube-Vlog, bekannt aus dem Vlog davor. Haben schon eine Chance bei dir? Schauen wir mal. So schnell geht das. Im nächsten Vlog 100k goldener Handschlag. Und goldener Handschlag ist noch nicht geworden, aber Silvaner, ne? Fünfstelliger Wohnungszimmer. Silvaner ist da. Es wird quasi deine gesamte Kundenreise dokumentiert. Und heute drehen wir wieder. Hast du uns vermisst? Ja, safe, mega. The one and only. Na, Rudi. Ist klar. Ich habe wieder frisch importiert aus Dubai nach Deutschland. Nächstes Video in Dubai dann, oder? Ja, nächstes Video auf jeden Fall dann in Dubai wieder. Freust du dich schon? Bist du gespannt, wie das aussieht? Ja, ist geil, immer geil. Es wird eine High-End-Produktion. Ja, wie immer. Lass uns mal aufbauen lassen, bevor der Andreas und die anderen kommen. Wenn das da nicht steht, dann haben wir ein Problem hier. Dann muss alles still noch der Weihnachtsbaum geschmückt werden. Der Wagen muss jetzt hingestellt werden. Geben wir mal Vollgas. Let's go. Wie ihr seht, wir sind in Weihnachtsstimmung. Heute drehen wir unser Musikvideo Weihnachtsmusikvideo. Und ja, dieses Mal singe ich natürlich auch mit. Unser Bruder David ist auch dabei. Stefan ist dabei. Andreas ist dabei. Wenn wir wollen einfach allen unseren YouTube-Zuschauern da draußen, unseren Kunden, Freunden, Familie, Mitwunderern im Markt einfach ein frohes Weihnachten wünschen. Und wie kann man das natürlich besser machen, als mit einem schönen Weihnachtslied? Dementsprechend sind wir heute hier bei dem Dreh. Ihr seht auch schon, wir sind am aufbauen. Das wird am Ende super, super geil. Heute hat der Besian einen richtig schönen Bildschirm für uns besorgt, weil er weiß ja, dass ich die Bildschirme immer super finde. Beim letzten Mal haben wir einen sogenannten K-Mount benutzt, wo die S-Klasse gar keine Spuren hatte. Wir haben hier einen Kamerakran. Und der ist auch elektrisch, den kann man steuern vorne. Ja, wir erinnern uns an das letzte Video, wo wir subtil eine S-Klasse im Hintergrund platziert haben. Vielleicht nochmal hier den Rückblick. Deswegen haben wir uns überlegt, dieses Mal stellen wir subtil einen GLS in den Hintergrund und haben den auch schön verpackt als Weihnachtsgeschenk. Efters sind am Start. Da ist Andreas. Juhu! Alles klar. So, Yannick ist jetzt auch am Start. Yannick, bekannt bei unseren YouTube-Videos, Strategieberater bei uns und offizieller geiler Typ. Richtig. Und ab heute auch Bassspieler. Der Ruben vom DCR Verlag ist auch am Start. Du bist jetzt zum ersten Mal in Maybach gefahren mit dem Andreas? Das erste Mal in Maybach gefahren, tatsächlich. Vorgeschmack auf meine S-Klasse. Sehr gut. Der Ruben hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Ja, genau. Gewinner TV. Also einfach gewinner.tv eingeben oder gewinner.tv bei YouTube und dann sieht man ganz viele coole Interviews, unter anderem mit Markus Baulig. Check das ab. So, und nach der ausführlichen Mittagspause legen wir jetzt los, würde ich sagen, mit dem Dreh. Jungs ziehen erstmal ihre Smokings an und die holen unsere Pullis. Ja gut, dann ziehe ich jetzt mal mein Bühnenoutfit an. So, Bühnenoutfit ist an. Können gleich loslegen. Baulig Kaufvertrag. Im Sack und noch, von der Baulig Party 2019. Immer für den Fall. Wie hätte Gott gesagt, was war der Spruch? Mit einem Cowboy? Genau, ein Cowboy geht nie ohne seinen Revolver aus dem Haus. Deswegen haben wir immer Kaufverträge dabei. Gibt es auch hinten im Auto so einen Notfallkoffer. Mit dem Stift und einem Kaufvertrag. Bist du bereit, Andreas? Ja, ich bin bereit, ja. Ich bin bereit, ja. Sie sehen schon aus wie so Weihnachtselfen gerade, ne? Elfen. Die Elfen. Vielleicht wäre es auch geil gewesen, uns so Elfenohren zu machen. Ich glaube, wir hätten uns so Elfenohren noch gemacht. Das wäre auch richtig geil gewesen. Das war's gut. Was I used to know, where the tree top is listening, children listen to hear, snow bells in the snow. Let's go. Markus, Andreas, ich, dann kurz Andreas, dann David, dann wieder ich, dann Markus, dann... Okay. Ne, Andreas kommt noch dazwischen. Wiederhol das mal. Also Markus, dann Andreas, dann Max, dann ich. Jetzt müssen wir an den Stimmen mal kennen. Ja, also kennen wir uns. Also ich finde, das sieht jetzt nicht wesentlich anders aus als sonst bei uns zu Hause, was unter dem Baum liegt, ne? Ne. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt mit dem Song zum aktuellen Zeitpunkt, wo ihr den seht. Ihr habt uns ja hier sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ich denke, ihr könnt das Ganze zu schätzen wissen. Und ich wünsche euch natürlich auch noch frohe Weihnachten, guten Rutsch in 2022. Möge es ein geiles Geschäftsjahr für euch werden, mein Lieben. Und go. In die Kamera. Mehr lächeln. Mach mal den Mund auf dabei. Ja, ja, genau. So ist geil. Ja, ja, genau. Lächeln. Jetzt schau aufs Instrument. Und wenn ich ein Zeichen gebe, guckst du in die Kamera, ja? Und jetzt. Ich würde nochmal einen Take machen, wo du so machst, so. Kannst du mal bitte einen Take machen, wo du so machst, so? Ja. Doch, mach. Doch, bitte. Bitte, ich schwör, das ist perfekt. Ich mach das schon die ganze Zeit, zeig mal. Guck mal, das Lächeln, was du jetzt hast, ist nicht das, was du haben könntest. Guck mal, so sieht es gerade aus. Das ist schon richtig geil. Ne? So, warte. Sag ich doch vollkommen. Nein, Bro. Ich stoppe jetzt. Wenn du es richtig übertreibst, wärst du nochmal ultra sick. Einmal das, wie du halt am Spielen bist und nach links schalst, ne? Und danach machen wir noch eine Szene, wie du... Leider war ein gestimmtes Klavier gar nicht mehr im Budget drin, deswegen. Musst du nur auf die ungestimmte Variante zurückgreifen, die kostet nämlich weniger. Ruben, da kann ich lächeln. Lächeln mal, Ruben, bitte. Das ist besser geworden. Ja, genau so. Grinsen, lachen. Ja! 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 Das ist jetzt auch ganz spannend hier... Seitdem wir das letzte Mal eine wunderschöne Regensimulation hatten, haben wir jetzt eine Schneesimulation. VF Snow Flurry. Nichts verwechseln mit einem Mac Flurry. Bei dem Part, wo es anfängt zu schneien, dann schaut ihr halt auch hoch dabei, wie wir sehen. Ihr freut euch voll. Da seid ihr voll überreifst, dass es schneit. Das ist total schwierig, aber einfach nicht schneit. Das hat man abgelenkt. Das ist so schwierig. Was ich aussehe? Wie aus einem anderen Schleif. Genre. Dieses Coaching-Business macht mich fertig, Mann. Du bist dann am Singen und dann läuft hier so eine Flüssigkeit in das Ohr rein plötzlich so. Sieht das crazy aus? Schau mal. Wild. Sieht schon geil aus. Sieht so aus wie hinter uns. Sieht top aus. Oh, das sieht sehr, sehr nice aus. Sehr wild. Ich muss dieses Börder. Das ist quasi Geisteskrank. Das muss alles on point sein. Ich habe einen Einsatz verkackt bei Ensek. Fuck. Jetzt müssen wir wieder neuen Schnee holen gehen. David, hol mal die Schippe. Leute, ihr wisst Bescheid, oder? Kaffee is for closest only. Gut, dass es geklappt hat, weil erster Teil kam ich es raus. Kaffee is for closest only. Kaffee is for closest only. Kontra was spielen gelernt? Ja. Okay. Weißt du, du wirklich so gut bezahlt hast. Du bist du, du bist, du bist. So. Du bist durst. Und. Los. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind fertig für heute und wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du lernen möchtest, wie du für dein Business selber zum Beispiel Videokampagnen drehen kannst, besseres Marketing machen kannst, um mehr Kunden zu finden, dann geht es auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und wir sprechen miteinander, schauen uns an, wie man in deinem Expertengeschäft vorankommt, damit du auch, sag ich mal, mehr Umsatz machst, mehr Geschäft machst, wie zum Beispiel der Max, der Gute, der da hinten steht. Einfach auf www.andreasbaulig.de und dann helfe dir dabei, in deinem Geschäft voranzukommen. Silberner Handschlag. Silberner Handschlag hat er schon, also fünfstelligen Monatsumsatz hat er geschafft. Als nächstes sein Goldener, ja? Nächster Vlog. Übernächster Vlog sein Auto.